Euch auf das Game zu konzentrieren und nicht auf meinen Rumgebrabbel. Ich habe das Game zu verabschieden. Ja, jetzt ist es gerade ein bisschen knapp, deswegen bin ich auch gerade wieder so mega still. So, aber ich denke mal, das war's. Das haben wir geschafft. Oh, zumindest... Oh, das war ja nur... Ne, das hat ja zwei Bellen. Hab ich ganz vergessen wieder. Scheiße. Sieht aber ganz gut aus. Oh, da wird jetzt gefällig. Da muss ich jetzt schnell... So, das dürfte reichen. Was heißt dürfte? Das muss reichen, ganz einfach. Doch, das reicht. Dicke, locker. Das passt alles. Bin ich doch auch mal mit den Strecken davon gekommen? Schön. Also ich finde, zwei Reihen Sonne reichen immer vollkommen aus. Sollte... müsste nicht mehr sein. Zumindest finde ich das so. So, und jetzt können wir wieder ganz locker zuschauen. Komm, da packen wir jetzt noch einen hin, damit das alles ein bisschen schneller geht. So, und diesmal haben wir ein... ein Schreiben bekommen. Ja, sie wollen mich angreifen. Okay. Oh, oh, Bowling. Ah, Bowling mit Pflanzen, ne? Ja. Boah. Das wird heftig geil jetzt. Weil da hab ich immer abgeblüßt. Das Einzige, was daran gut ist, ist, dass man... keine Sonne sammeln muss. So, woher jetzt geht. erst in derrenbung. Da hat eine Molina echt größte creates. Ja. Oh, wow! So, ein bisschen weniger vorgesehen von hier, woher ist, dass ich immer wieder gesehen been. Dann schie 속euer daasen Kisteausch. Ach,إwere ich das, das du bei uns... Da. Dann saube ich natürlich nicht mehr. Ah, wir sind wieder schon alles recht. Soll ich knorke aus oder dufte? Nein, sieht richtig gut aus bis jetzt. Also bis jetzt habe ich keine Probleme. Und das soll auch bitte, bitte, bitte so bleiben. Ja, ich setze jetzt einfach irgendwo noch hin, damit das alles sehr, sehr schnell geht. Irgendwie fehlt mir eine Nuss. Das finde ich recht gemein. Das ist so. Jetzt sollen sie mal kommen. Ich habe schon mal meine Cherry Bomb in der Hand. Sacka! Boah, alle weg. So, die sollen jetzt erstmal machen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, ich werde also erstmal ein bisschen durchkommen. So, was weiß ich jetzt allemal? So, das Mechel haben wir auch gleich geschafft. So, und wir kriegen einen Pilz! Fast so wie bei Super Mario, aber nein, dieser Pilz macht euch nicht größer oder stärker oder sonst was. Nein, es ist ein Angriffs-Shooter. Hat zwar nur einen kleinen Radius, ich glaube von zwei oder drei Kästchen. Kostet aber keine Sonne. Und es ist Nacht. Abend, Niu! Diese Zombies geben einfach nicht auf, oder? Du wirst merken, dass gegen Zombies zu campen in der Nacht anders ist als am Tag. Für das erste, du kriegst keine einzige Sonne vom Himmel. Aber ich kann die Sonnen von Sonnenblumen trotzdem noch bringen. Und die Puffrooms, ja, die greifen halt einfach an. Und sie sind umsonst. Und wir haben ein Zeitungs-Collision. Ähm... So. So... So.